Lieber Boris, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Kinderpalliativzentrum in Dattel, herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren, herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Arbeit und zu diesem besonderen Zentrum. Es war ein langer Weg bis dahin, aber es war ein richtiger und mutiger Schritt, den ihr damals begangen seid. Wir sind froh, dass wir von Anfang an mit dabei sein können, gemeinsam mit euch Familien mit solchen schwer kranken Kindern zu begleiten und zu versorgen. Und wir freuen uns auf die nächsten 10, 20, 100 Jahre, die wir gemeinsam mit euch diese Arbeit tun können. Alles Gute für euch, herzlichen Glückwunsch und jetzt wieder ran an die Arbeit.